In Fragile Alliance arbeiten Sie mit Ihren Verbündeten zusammen. Es geht darum, in vier Minuten vier Millionen Dollar zu stehlen. Der Plan ist so einfach, dass selbst Sie ihn verstehen müssen. Sprengen Sie die Station, gehen Sie rein, holen Sie sich die vier Millionen und fliehen Sie in vier Minuten. Die Beute wird gerecht geteilt, also arbeiten Sie zusammen. Wer nach drei Runden das meiste Geld erbeutet hat, gewinnt. Ich weiß, ihr seid gierige Aasgeier. Deshalb gibt es für jeden kaltgestellten Verräter eine Prämie. Wer getötet wird, spielt als Cop weiter. Die Cops werden ebenfalls versuchen, etwas Geld zur Seite zu schaffen. Haben Sie das verstanden? Wenn Sie uns verarschen, sollten Sie schleunigst verschwinden.